Hallo, Young Huren. Na, Bomben in Manchester. Was ist dein Statement? Geht es an dir vorbei? Sagst du, ich weiß nicht, natürlich hat jeder seine Art und Weise, wie er damit umgeht. Die Leute unten in den Kommentaren. Es ist so wurscht, wie viele Klicks du hast, es ist so wurscht, wie berühmt oder nicht berühmt du bist. Eigentlich gehen es darum, dass wir alle zusammen helfen, dass es gescheiter weitergeht, oder? So, ich sag dir was, ich geh heute Nachmittag ins Studio und mach auch nochmal, ich mach ein Statement. Mach ein Statement. Na ja, tschau.